Das ist die Campus Bibliothek 1, die ich heute besuchen muss, weil ich für meine Masterarbeit in der Pfad durchdrucken der Kubik 9. März auf der Jahrzehnte. Bei der Tür allerdings brauche ich ein bisschen Hilfe, denn die ist als Rollstuhlfahrer nur schwer alleine zu öffnen. Wir sind jetzt hier im dritten Obergeschoss der Campus Bibliothek 1 und um hier hinzukommen, muss man extra einen Mitarbeiter um Hilfe bitten, der einen mit dem Schlüssel in die dritte Etage bringt. Das Erreichen der Bücher mit Rollstuhl ist manchmal etwas schwierig. Jemand, der hilft, ist auch hier wirklich von Vorteil. Das eine Buch, was ich brauche, befindet sich nicht in der dritten Etage, sondern ein Geschoss weiter oben. Meine Assistenz ist so lieb und wohlt es für mich. In der zweiten Etage der Campus Bibliothek 1 Wie ihr gesehen habt, ist die Campus Bibliothek 1 gut für Rollstuhlfahrer und Behinderte zugänglich. Auch wenn es hier und da noch ein paar kleine Verbesserungsvorschläge geben könnte, ist es doch machbar. Es kommt natürlich auch immer auf die Art der Behinderung an. Eine Assistenz oder ein guter Freund, der hilft, ist dabei von Vorteil. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020